Hallo, willkommen zu Heinrich Strichmann. Wir sind dabei, die Endings zu holen. Wir können mit ihm noch eins machen. Ja, er und... Ich weiß, es sind plötzlich viele Endings, ne? Ja, Heini. Ja, wir haben auch noch eine ganze Folge vor uns. Damals haben wir mehr oder weniger Games in so einer Folge geschafft. Damals in der ersten Folge. Aber das ist ganz schön gut gemacht, eigentlich. So, wir wurden für tot gehalten. Das ist ultra cool. So was würde ich auch gerne machen. So was würde mir sehr Spaß machen, zu skripten und zu animieren. Oh? Henry, man! Schalt, altes Haus. Ja, seit sie das Orbital Station getroffen wurden, haben sie sehr stark gemacht. Jetzt, dass ich darüber denke, haben wir uns in der Vergangenheit ein ziemlich gutes Team gemacht. Ich hoffe, wir können ihn rausnehmen. Ja! Ja! Oh, shit! Ich weiß nicht, war ein bisschen gutes Team. Willst du mich helfen, ihn zu gut nehmen? Ja! Ja! Okay, folge mich. Ich habe einen Weg, wie wir in die Welt kommen. Er hat so seine Wege. Aber wir sind, wir sind, okay. Okay, kein Hubschrauber. Oh! Oh, there it is. Alright, how do you want me to bring you in? Oh, this is so exciting. It's just like last time. Ich dachte, Charles Ray gibt es hier einfach reinfliegen. Ja! Ich würde sagen, er droppt uns einfach, oder? Ja, einfach droppen. Okay. Will we droppen, boys? Lass mich einfach raus, ich mach das dann schon. Hey, Chief. We're detecting a government ship approaching. Okay. So blow them up already. Charles! Was war das für ein Geräusch? Ein Stern. Nein, Charles ist nicht das erste Mal gestorben. Hä, aber wir sind doch einfach nur runtergefallen. Wo waren wir jetzt? Wo war Henry? Nee, wir kamen nicht mal so weit. Das war alles, das war alles, bevor wir unseren Schlampen-Suppen konnten. Ach so. Ja, und waren wir mit der jetzlichen Schuss? Na, wären wir ja vielleicht dann. Nee, und wir tarnen uns. Wir haben uns getarnt. Ja, aber das Ufo ja nicht. Das ist Among Us. Ach so, deswegen, er muss den ja ran. Er muss den ja ran beim anderen. Das hat geklappt. Charles! Oh, und das heiße mit Schatten. Ich bin ein Schatten. Ich bin ein Bulldaction. Ich bin ein Bulldaction-Man. Er war auch gerade eben. Dies war's geklappt. Jetzt durfte er ran fliegen. Was? Ja, dies war's geklappt. Er wollte eben noch auf Abstand bleiben, also weißt du was? Charles-Move. Ich muss auf die Station fliegen, bevor es explodet. Händ's auf. Oh, der Wind. Können wir hochheben. Los geht's. Ich bin mir sicher, wenn es ist richtig. Es muss. Das ist so schlecht. Wie kann ich hacken dieses Panel, um die Tür zu öffnen? Ah ja. Versteht ihr, was das ist? Versteh ich nicht. Bro. Bro. Ich hab bestimmt einen Server, der wenigstens Sound hat. Bitte probier keine Sounds aus. Ich darf doch. Er wird jetzt alle ausprobieren. Nein, nein. Hier gibt's noch einen Sound, der geil heißt. Von dem spiel ich jetzt nicht an. Nein, danke. Oh. Hm. Mitte. Hat niemand, bruh? Ja, das hat nicht jemand. Keiner. Ein bisschen. Oh nein! Charles! Es war tatsächlich der Rotten Mushroom-Server und es war ein Bild von Hockey daneben. Got him! Oh nein! 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 Was haben wir geschafft? Was haben wir überhaupt gemacht, als wir drin waren? Ja, ja. Achso, wir haben das Raumschiff. Nein, Charles! Was ist das für ein Ende? Das ist ein tragisches Ende. Traumig. Aber Charles' Plan hat ein letztes Mal funktioniert. Die würden gerne einen Mann ehren. F in Chat. Charles! F to pay respect. Kann ich glauben, dass sie Charles getötet haben. Okay, ich bin mir right important. Er lebt wieder. Wir haben ihn getötet. Oh, ein Stück Kuchen. Das ist nicht wahr. Hä? Ein Stück von Kuchen. Mal versuchen. Die Bubble funktioniert immer. Die Bubble funktioniert immer. Wir wissen das und ich glaube, Wolli. Die Bubble ist der Hammer. Die Bubble funktioniert immer. Sie hat nur einmal funktioniert. Immer. Ja. Immer. Ich fühle mich auch immer sehr gierig, wenn ich atme. Ups. Das gefällt mir gar nicht. Mies. Warum nicht begründe? Das sah, ähm, schmerzhaft aus. Get room for two more. Wande. Und einen. Und einen. Ja. Roommate. Okay. Also. Diamant und. Was sind wir davor? Presumt der? Äh. Ne, Ghost-Inmate, oder? Ja, irgendwie muss ja noch Eddies Rache mal kommen, oder? Dann machen wir sie direkt noch. Oh, ja. Da kommt die Rache nicht. Da kommt die Rache nicht. Da haben wir sie gerade. Ne, dann sind wir im Team. Ja, stimmt. Aber können wir trotzdem machen? So, wir gucken euch die Biker-Babes an. Sind schnell. Oh. No, it's been a long ride, but we're almost there. Was schießt direkt an? Oh. Oh. Wir wollen mit denen. Ey, das ist ein Advanced-Furst-Panzer. Ach stimmt, klar wollen wir uns mit denen verknüpfen. Das sind ja immer noch unsere Mates. Irgendeine andere Regierung ist hier. Irgendeine andere Regierung ist hier. Ach. Der schlechteste. Ich meine... Wrong kind of RPG-Controller. Ach, Quatsch. Ne, das war irgendwie... Das ist doch einfach der Raketenwerfer. Ich hab ihn befreit. Ich weiß auch nicht, wofür die Abkürzung steht, Johnny. Rocket... Powered... Gun. Hm. Ja. Was der Plan war. Hä? Mit so einem Seil? Oh, wir fliegen. Okay. Ellie! Nein! Ähm. Oh nein. Oh nein. Ich hasse es, wenn das passiert. Da hat jemand Counter Strike Sauce nicht installiert. Ich wollt grad sagen, Hauptsache ist echt gespielt. Nee, schon wieder. Aber das gehört diesmal dazu, oder? Oh nein. Hm. Ja, das gehört dazu. Das wär lustiger, wenn das Spiel nicht tatsächlich after crashen würde. Ja, absolut. Oh nein, wir T-Posten. Oh nein. Oh nein, was... Oh nein. Wenn wir einen Euro hätten, jedes Mal, wenn du das gesagt hättest, Mogi hätten wir zwei Euro. Ja, wegen dem ist das falsch gelaufen. Es ist nicht viel, aber komisch, dass es zweimal passiert ist. Sky's Kid. Serious? Er hat... Er hat's versucht. Heißt, dass wir sind Kameraden? Na klar. Jo. Wohin des Weges? Oh Gott. Oh, wir werden... Was? Was? Oh mein Gott. Oh was? Oh was? Er hat jetzt beide... Ja, jetzt arbeitet der andere. Ist der trotzdem besetzter Posten, oder nicht? Nee. Ist nicht so leicht, welche zu finden für den Job. Okay. Okay. Nice. The rocket is launching in... Two... Minutes. Once we get to the top of this tower... Two... Minutes. We'll cross the bridge and be on the rocket. Hopefully the top-back claim will let us do it. Ihr habt... Ihr seid verhungert beim Versuch... Die Leitern hoch zu gehen, und ihr könnt einfach mal eben... On the bridge. Open fire. Open fire. What's your date? Ah, manchmal... Yo. Oh! Okay. The bat is here. Answer the right move? No, 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 no. We're here to join you. We're wanted, just like all of you. Wait. You're the guy that stole our Ruby. We've got some skills. We'll let you join, as long as you return the Ruby. Don't move! Those two belong to me! You are coming with us. Oh, oh. Hey, this is Charles. Oh, no, man... I like that... All of these creatures! ... have been off the other way! Henry, man! Wie geht's dir? Oh, nein! Oh, wir können wählen. None. Drei Sachen oder None. Das ist dann Ellie. Was war das für eine Idee? Das Team der Liebenden. Das war eine dumme Idee. Das war wirklich eine dumme Idee. Das geht nicht gut aus. Wie viel Mühe in diesem Spiel. Da ist viel drin, ja. Wir gucken in die ganze Serie. Hm. Da müssen wir mit der Charles gehen. Hat das jemand überprüft, ob man überhaupt in der Regierung... Mit der Regierung! Oh, der wird einfach reinfliegen. Er ist nicht reingeflogen. Das kommt noch. Oh Gott. Warte mal, das hat schon zu... Oh Gott! Oh nein, du schießt jetzt hinter uns her, oder? Was? Das? Wait, was? Nice work! Both of you! Easy! Okay. Okay. Okay, und wie heißt das? Henry? Well, and if it isn't Ellie, too. We've got you on our watch list for a while. Thanks for your help, Susie. I didn't think we could trust you after last time. I guess we owe you one. Well, now that you mention it, we do have kind of a criminal history problem. Yeah, I figured that's coming. I suppose you've earned a pardon. Ja, thank you. Champagner! Pardon, pals! Oh! Ah, ja. Warte, wohin wollen wir grappeln? Ey, ich hoffe, es gibt keinen High Five jetzt, oder? Ich hoffe, es ist High Five. Oh! Ich hab die Sorge... Ich glaub der Grapple erschießt sie einfach. Fett so. Moin. Oh, sie Grapple. Au. Es gibt nur eine weitere Möglichkeit. Wir wollen zum Turpet-Clan. Ja. Die coolen Jungs. Die haben Schnauze. Ja, die sind cool. Schnauze sind cool. Sag ich doch. Das hat nicht funktionieren. Ui. Jo, was ein Move. Oh, Henry. Was für Reflexe. Warte mal. Das ist jetzt unsere Base. Die haben die Space Station. Und... Ich hoffe trotzdem, dass Charles gut geht. Ja. Es gab zwei Endings einfach dort. Warum sollten wir uns der Wall anschließen? Nicht gerade im... Das hat ja gut geklappt. Was? Was ist das? Was? Die sperren uns ein. Oh mein Gott. Hätten die uns nicht wenigstens Hätten die uns nicht wenigstens Store Jobs geben können? Nee. Hier gab es zwei Endings. Well. Can't beat him. Joy. Bounty... Warte mal. Bounty Hunter? Hatten wir noch nicht gemacht das Jahr. Sollen wir uns das merken. Doch. Hatten wir einmal. Mit Charles, ne? Ja. Ich schreib das mal Hockey. Ghost Inmate und Relentless Bounty Hunter. Geilo! Wir sollten das vernünftig durchgehen, damit wir auch... Sonst werden wir sehr durcheinander kommen. Das stimmt. Wir machen zuerst den Diamantenscheid, das machen wir am Schluss. So, einmal Diamant mit Ghost Inmate. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn wir den Anfang starten, merken wir es ja. Das hatten wir doch schon, ne? Das können wir skippen. Doch, das ist da, wo wir einfach den Stein stehlen. Ja, das ist der Roller. Ähm... Steilen Convict Allies hatten wir auch, glaub ich. Ja, dann Presumed Dead hatten wir dabei nicht. Ich glaub, das hatten wir grad eben sogar. Ja genau, es war mit... Oh ja, und er gibt den Rubin auch wieder zurück. Oh shit. Haben wir alles mit dem Rubin. Und jetzt wurden wir für tot gehalten. War ne gute Zeit mit dem Rubin. Hallo? Ja, kann ich mit dem Chief sprechen, bitte? Nicht möglich? Ja, ich hab nur gefragt, ob der Rocket Plan noch in action war. Du kennst, der Rocket Plan. Der Rocket? Der Rocket? Der Rocket Plan? Der Rocket Plan? Ja, der, wo wir einfach sitzen können. Nein, du kennst. 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 Ja. Alles klar, dann. Ja. Wir werden dann von der Bade-Base, dann, richtig? Was? Sperr, mate. Keine Ahnung, keiner wird hier nicht hören. Du denkst wirklich, dass jemand versuchen, ein entire Rocket zu verdienen? Du musst du mental. Ja. Ich hoffe, dem geht's gut. Ich bin gar nicht wirklich tot. Ach, der Roller wieder. Das ist der olle Zuverlässige. Es ist wirklich der olle Zuverlässige. Oh, wir wurden so runtergeschrappelt. Ich dachte, wir sind irgendwie in Matsch drin oder so. Stopp. Stopp. Oh ja, sure thing. Moment. Warte mal. Was? Ich zipp. Entruder. Was? Was? Oh shit. Zu weit. Zu schnell gefahren. Da ist eine Mogus rechts. Das ist so heiß. Sieht ein bisschen sass aus. Items. Oh. Das waren wohl Minen. Hey, das ist mein. Oh. Das war beides falsch. Es gab da noch einen Weg. Gut, dann erinnere mich der Song. Du, 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 du. Ah ja, Powerpuff Girls. Oh nein. Warte. Nein, ich glaube, es gab noch eine Methode, oder nicht? Oh ja, ich hätte auch gar nichts machen können. Ja. Ich dachte, ich dachte, ich dachte schon, war... Das ist... Ja, vergiss mal einfach, dass gar nichts machen, wie wichtig sein könnte. Warte, was heißt manchmal vergiss man? Das war das erste Mal, oder? Nee, das zweite Mal. Nein, das zweite Mal. Das ist sogar das, äh, Ghost Ending. Drill! Ohohohoho. Der Olle zu... Drill goes brrr. Der Zufall, der sie war... Spiked Wheels! Aber uns nicht. Das fährt ja hoch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Funktioniert. Macht er denn? Was? Das ist der Hammer. Oah, was? Das war strong. Er hat Erfolg. Das war das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Wir haben eine scheiß Rakete gestohlen. Fullspeed Gaming, Fullspeed Gaming. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Wir haben den gesamten Treibstoff aufgebraucht. Und weißt du was noch? Wir haben den Tank leer gefahren. Wir haben es geschafft. Und dann war das was. Die Rationen gehen langsam zur Neige. Das ist meine Rakete. Stikman Space Resort. Ich bin aus einer former Top-Adresse. Es hat sich geöffnet. Es hat sich geöffnet. Die Top-Adresse haben geöffnet. Und jetzt arbeiten wir als Crew-Members. Glaubt ihr, irgendwann wird ein einzelner Mongas Ending? Crew-Members. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss doch eigentlich... ...hundertprozentig noch. Irgendwo muss doch jetzt so ein... ...so ein Imposter-Anzug kommen. Also, haben wir schon öfter gesehen, aber... ...muss ich wirklich das alle tragen. Das wird irgendwie auch nie alt. Lag. Lag. Haben wir die... Ne, das hatten wir noch nicht, ne? Ja, das war ja bisher noch so... Nicht den rechten Hammer nehmen. Er trifft nicht. Er trifft. Er trifft. Ja, das war zwei. Au. Warum würdest du das machen? Wie oft habe ich in diesem Video schon Au gesagt? Not much of a brain there to begin with. Geh auf. Nur noch 95 Mal. Oh ja, gar nichts. Ist wieder eine Option. Den snipen wir weg. Haben wir... Das war richtig. Ja, das haben wir doch. Scheiße! Return to Sender. Blick unten, rein. Ja. Er ist dich begeistert. Montage. Relentless Bounty Hunter. Mit was hatten wir das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube mit Presumed Dead, oder? Oh ja, genau. Ja, genau. Wurden wir dann zum Cyborg. Okay. Ich freue mich sehr auf Relentless Bounty Hunter. Ich glaube, das wird am coolsten. Ich meine, das für die ganzen Kämpfe. Die waren... ...die waren Schweine-cool. Ah, mit dem Panzer. Oh, Ellie erinnert sich. Oh oh. Was ist denn das? Oh, ich weiß, wer das ist. Hier sind so viele Ideen eingeflossen. Einfach nur HDMI 2. Innere Stärke. Schreib mal um. Foll mal A4 ein. Oh, so fühle ich mich auch manchmal. Fernbedienung. Ob du da ankommst? Oh. Scheiße. Oh mein Gott, ja. Oh da, oh oh. Oh oh. Among Us. Das heißt, es gibt noch einen. Fully. Nein, ich bin's nicht. Thunder Chew. Oh. Wo warst du zwischen 12 und mittags? Äh, was? Metallmütze. Metallmütze. Schwaches Alibi. Ja. Das ist wirklich das. Ja, das ist der Stoff. Oh mein Gott. Oh oh. Scheiße. Sie galieren gut. Der hat einen Käsehut. Alter, dass sie es haben. Sie haben die Leitgang. Das ist echt. Ich denke, ein Granatwerfer ist die richtige Entscheidung. Das hat er schon mal verkackt. Ich hätte jetzt gedacht, das fliegt wieder hier rein. Äh. Nein, nein. Das Bixort machen wir jetzt selbst. Ja. Uh, Leitgang. Ah, das ist die. Ja. Hab ich doch gesagt. Shit. Du hast den Namen gesagt, aber ich wusste nicht, dass sie das ist. Es war richtig. Wait, das ist ein Telefonhörer. Uh, do I gotta do everything around here? Hello. Hello, darlin. You should have stayed in your cell. Ooh. Nanomachines. Sweep the legs, son. Um. Nanosuit. Das ist nicht going to help you. Impressive. But that's not going to help you. Okay. Hä? Uns geht's gut. There you are. Der kann uns gar nichts mehr. Wir sind zu stark. Shit. Oh. Der kann uns gar nichts mehr. Also, so ein bisschen kann er noch. Die geben aber nicht mehr ganz. Das ist ja total. Oh, das wird einfach leid. Oh mein Gott. Ich möchte an Merk. Ich hab gedrückt gerade. Okay. Gibt ja keinen Sound in Space. Ach so. Du warst also schon in Space. Yes. Oh. No. Final Destination. Ich will jetzt noch mal sehen. Das war ziemlich befriedigend zu sehen. Game. Game. Piece of cake. Oh oh. Äh, Chief. You lost a solar panel. Das juckt ihn gar nicht. Okay. I'm going to get snippy, man. Oh. What? Da will ich hin. Oh, da rechts kann man rein. Okay. Das ist ein Pokeball. Hey, Sir. Sorry to bother you. One of our off-site drop pods is on a direct collision course with the station. What? Three. Two. One. One. No. Ach, komm schon. God. Man. Geilo. Wie oft kann ein Spiel eigentlich crashen, ey? Wir haben noch erst neun crashes. Hast du gezählt? Ja. Ja, aber den vierten Teil gab es zweimal. Destination, Earth. Hey, Sir. Sorry to bother you. Uh, one of our off-site drop pods is on a direct collision course with the station. What? Three. What? What? Oh, ich war halt hier. Oh. Shhh. Scheiße. Oh, das war richtig. Es ist ein bisschen heiß da drin. Yeah. Ist das ne Dragon Ball-Anspielung? Hm. Ich glaube nicht. Nur weil es rund ist? Hm. Oh, oh. He took out our central core. We don't have any power. Can't really get down to Earth without it. We're kind of just stop. Who was that guy anyway? Why'd you grab him? Free man. Gordon. Free man. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich mag's, dass man das kurz in der anderen Auswahl bekommt. Warte, die Bombe her. Gefunden. Door's open. Das war gut. Ach. Ach, deswegen heißt sie so. Endmelded, all right. Die gute alte Schmelz war... Warte. Zerschmilzt auf der Zunge. Weißt du, es kommt was anderes? Mach nochmal. Mach nochmal. Oh, oder so. Oh, okay. There's still no lock to pick. You gotta stop trying this, man. Ich bin so was anderes still. There is no lock. Fine, you wanna lock? Let's go! Yeah! Oh. Oh, Mann. Ui! It's a big boy sword for big boys only. Nicht für mich. Gern, sein Käsehut. Das ist ne alte Anspielung. Oh! Das ist ne Pumper-Anspielung. Shit, das nicht. Das ist nicht so effektiv. Oh, ich war so ein Fan von Sweep the Leg. Ich weiß nicht mehr, woher das ist. Das ist auch irgendwo ein prominenter Sound. Oh, falsche Richtung. Ich dachte, das war nicht der Plan. Miese Nummer. Miese Nummer. Das ist doch Mauscode. Das ist ein Datastream von unserem Broadcasting-Satellite. Du sagst nicht. Ja, das ist einfach sagen, attack, 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 fire, shoot, laser. Oh, da war übrigens, äh, da waren ein paar Comic-Anspiele im Hintergrund. Da war Garfield. Ah, das ist Karate Kid. Zurück zur Erde. Er hat's geschafft. So, dann haben wir, ne, Rant of Spontent, das war gerade mal das erste, oder? Ja, da hatten wir Ghost Inmate, wir hatten auch Presumed Dead und wir hatten, glaube ich, auch, hatten wir nicht Convict Allies? Nee. Okay. Oh. Ich werde dich zu erinnern, was wir schon hatten. Ja, da kommt mir nicht bekannt vor. Nee. Hätte jemand Pssst gemacht? Ja, niemand hat geredet und... So nicht auf euch bezogen, Jungs. Was war denn da so Wichtiges, was du unbedingt an euch hast? Hast du ein Spiegel gemacht, oder was? Ja. In den Toppads. Verstehe ich nicht. Ding, 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 ding. Das ist Marlboro 2. Wisst ihr, wie ich den Zug finde? Geilo. Geilo. Wir müssen mal hier raus tappen. Oi. Hier. Rollen. Geilo. So finde ich das. Ich auch. Oh, jetzt geht's los. Alter. Turn down for what? Yo, was geht denn hier jetzt ab? Alter. Oh, oh. Oh, der hat Schwerte. Das ist die von einem Stickfight-Animation, die ich sie kennt von Newgrounds. Schwert. Ja, was? Oh mein Gott. Oh, shit. Was? Sehe ich nicht. Feuer! Hier kommt noch GTA-Spielung mit dem Train, oder? Der ist so cool. Oh mein Gott. Das ist eine Mogus. Oh. Ich will sagen, wir haben ein großes Geldbott dabei, wir stecken uns da rein. Ich nehme alle. Wir haben doch ein paar Geld-Tragetaschen-Tragetaschen. Ich nehme gleich zehn. Oh Gott. Damit hat er auch das Geld vernichtet. Aber es ist nicht an der Börse gescheitert. Du meinst im Gegensatz zu meinen Aktien? Ich wusste, dass es sich überhaupt falsch anfühlt. Also, ihr hättet ja schon mal sowas gemacht, ja? Oh. Ich glaube, das ist in Metal Gear Solid 5 Referenz. Oh. Fortnite. Ja, jetzt Fortnite. What are we dropping, boys? Was? Da war eine obscure Referenz. Ja, genau. Wumbo Combo. Der Name Farco, Der Name Farco. Was war das jetzt? Was ist denn hier? Ich will die Obscure Reference noch sehen. Es sieht fast aus wie Spongebob. Das Grat hier unten. Ich habe so Artefakte. Oh mein Gott, ja. Ich habe gesehen, was du meinst. Da stand immer noch Mission Compute. Wir haben es wieder mal geschafft. Da ist also doch die Börse. Also mit dem Hunker. Hunker. Mit dem trockenen Endings bin ich schon mal am besten. Ja. Aber fehlt es nicht. Wenn wir so eine simple Sache versuchen, dann alles in Schmerzen endet. Einfach nur so ganz schnell. Ja, zum Beispiel so. Ich glaube, das Witzigste fand ich, wo sie die Tür hochheben wollten. Wir wurden geköpft und er hat es auf den Fuß gekriegt. Er kann fliegen. Ich glaube, die Obscure Referenz. Das war davor. Mit der Obscuren Referenz oder nicht? Ja, das war davor. Ich weiß, ich kann versuchen. Ich glaube, du musst irgendwie auf Zeit machen. Das ist Mario und Luigi. Enough. Oh, ouchi. Hau, die geht verkehrt. Ouchi. Wait, warum? Warum war das so hochkant und nach unten? Hat das einen Grund? Was? Warum stand ouchi da so? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich klicke die ganze Zeit. Ich hoffe, ich hoffe, es wird... Nee, man kann sich anklicken. Wirklich? Man konnte es nicht anklicken. Ja. Das ist wahrscheinlich... Ja, das gibt es gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es nicht. So, da ist noch unser letzter Relentless-Bounty-Hunter. Hm. Ich bin immer noch überrascht davon, dass mit dem Verraten, was passiert ist. Na, es wird schon noch. Wir müssen ja noch wissen, welcher Verräter Among Us ist. Oh. Henrys ist nicht. Pulli. Ähm. Du hast keinen Beweis, okay? Oh, das sieht ziemlich spannend aus. Ich glaube, es ist gut, dass wir einen Film... Ja, ja, das ist erstmal ein richtiges Movie-Opening. Charles Calvin! Das hatten wir noch nie. Nein. Filme kenne ich nicht. Wir entering top at Airspace now. Wir sind so gut. Konzentriert oder gelangweilt? Ah, wir haben so einen Toothpick. Ach so, einen Zahnstocher meinst du? Zahnstocher, ja, ich kam nicht drauf. So ein Toothpick. Fully! Du willst dich darüber... Darüber willst du dich amüsieren. Fully! 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 Motivator missing. No! Do you feel he's as legendary as the same? Oh, jetzt geht's los! Henry, really kept us waiting, huh? Oh, glaubt ihr, das ist eine Anspielung? Nee, glaub ich nicht. Henry, glad to see you made it safe. Jetzt stand aber auf der Name von dem Entwickler. Aber es hat echt... Wir hatten schon so viele Momente, wo es eigentlich eine Magic Soul-Anspielung hätte sein können, aber... Na, wir hatten schon ein paar. Ja, ja, aber jetzt ist sie viel deutlicher. Ja. Ich heiße auch Esteban. Cool. Wie? Esteban. Oh, mein Künstler. Ich war so... Rock! So echt verwirrt, einfach. Wie? Wenn wir die Station operieren können, werden sie unstopfbar werden. Sie werden können, dass sie in jedem Ort der Welt einfach zu attacken können, mit keinem Weg, um jemanden zu counterattacken. Die Top-Ads. Weren't they brought to somebody in? Oh, ich hoffe, er wird Psycho-Mantus. Ja. Und dann liest es deine Steam-Library aus. Oh, yeah. Ich schluss, ich schluss schon wieder ab. Aber, aber in dem Fall ist es skriptet. War schon mal den zweiten Controller bereit, Fully? Okay. Leg den Controller auf den Boden. Okay. Wir fragen ihn einfach wieder, ob er uns reinlässt. Dance up! Hey! Das ist so unfair. Der Fortnite-Zung hat nicht angefangen. Kevin Bacon doesn't approve. Stealth. Oh, so hab ich mich versucht? Oh, der kommt schluss. Also bei mir hat das geklappt, wenn ich herklappt habe, wenn meine Eltern vorbei wollte. Convert. Wait, wait. Wir konvertieren. Oh, lolo. Oh, lolo. Was? Das hat geklappt. Was? Oh, lolo. Age of Empires 2. Das geht ja nicht ab. Ich sag's euch, am Ende wird's die richtige Entscheidung sein. Ja, ja, ja. Also bei den Guardians hat's geklappt. Oh, did you do? Oh, heck yeah. Dogpile? Oh, heck yeah. Das war doch die allerletzte Person. Oh, hey. Hang on the minute. Hallo? Oh, nee. Du dreckiger. Und Squat ist tot. Oh, dead soft. Endlich bald. Das ist für Ryan. Ach, Mann. Das kann nicht sein. No. No. Oh. Vielleicht beim nächsten Mal. Cheap Fighting Combo. Uh. Oh, ja. Ich verstehe. Oh, nein. Die Smash Bros. Revalence. Vielleicht kann er leider nichts machen. Es wurde noch so viel mehr. Das gibt es bestimmt noch in anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Smash Bros. ist. Und Street Fighter? Ja, doch nicht. Das war Street Fighter. Ja. Sie hat nur sonst immer Smash Bros. gemacht. Ja. Ja, das reicht nochmal langsam. Ja. Who's that? Who's that? Jakob. Wer bist du denn? Hör jetzt auf. Angela wäre einer? Ja. Hör jetzt auf mit der Scheiße. Oh, nein. Die Okarin. Henry hat dann wieder eine Frisur. Das ist ja deswegen ein Lied nämlich. Ach, klatsch. Ja. Achso, wenn man im Fenstermodus ist. Ja. Das war's? Voll die Kartoffelfüße. Das war ziemlich lahm. Ja, ich bin enttäuscht. Wollen wir das Spiel dafür dreimal gecrasht? Geh wieder in Vollbildmodus. Du musst viel Optionen nehmen. Glaub ich. Warte, die fallen auseinander. Ja. Die Toppets sind, äh, gestellt worden. Master Bounty Hunter. Kasse. Wow. Ich glaube, das war in der, äh, Smash Bros. Referenz. Nein. Nein. Das war Mortal Kombat. This Gadget will launch a cluster of... Es gab echt noch keine Fatality, oder? Das passt doch in die Spiele. Das kenne ich von Rainbow Six, glaube ich. No. No. Oh. Ist das ein Puck? Oh. Oh. You can't. Was ist das? Triple kill. Der Dicke hat mich auch an irgendwas erinnert. Man. Was ist denn das? Oh. 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 Oh, da. Finish him. Oh, da. Finish him. No. He's killed him. Oh. Oh. Fatality. Yo. He's needing, like, a new boss man. Oh, das... Okay. Das war ja meine, äh... 300 Referenz. Rewire. Henry, we gotta put a stop to these top bets. Come on. Oh, stark. Oh. 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 We gotta take care of this guy. Wha...? You're our boss. You're really gonna side with the guy who locked up the Chief? Oh nein Oh oh Achso, sehr gut Er war aber nicht überzeugt Im tiefen Inneren war halt einfach ein Tophead Genau, wir haben das so heute alles fertig Rapidly Promoted Executive Das hatten wir nur mit Betrayed bisher Ich glaube ja Yeah, die Beförderung Oh oh Wird Ellie uns jetzt Verraten Nein, der Plotpunkt wurde vergessen Nein, sie ist da Da ist Hetty und Hetkid Andere Hutträger Ist dir aufgefallen, dass beim Tophead sogar die Rechtschreibung britisch ist Tophead Nein, nein, bei Honor zum Beispiel oben Oh, das ist Rohhut Ach, das meinst du Nicht so Lautschrift, sondern auch Ja, die ist der Pat Nein Nein, Alter Okay Chainsaw Safe State Au Meine Eier Okay, da passiert nur das gleiche Meine Eier Sound I did it I don't want to hear it I did it Oh Er hat doch alles gemacht I don't think so, Tim Wer ist Tim Christmas Carol Jetzt fallen die rund Oh, das wäre so gut Ja Ja, ich dachte Das war so wirklich Jetzt bin ich Inspektor Gadget Er hat eine heiße Spur Henry We're with you, Henry Get us out of here Yeah Wait, wer sind die? Nein, Chris Sins Toppie Toppie Wir machen Sins Es ist wild, diese Grafik zu sehen und dann so eine Mario Odyssey anspielen Wieso? Shaloub Oh, Shaloub Oh, Shaloub Direkt Eine Waffe Das ist immer die Lösung What did you do with Henry? Oh nein Oh nein Ist das dumm Me? Me? Oh, ich check erst jetzt, dass das Churchill ist Ah Ja, das hätte ich auch nicht gewusst Good teamwork Gute Arbeit, Mann Ja, aber Oh, shit Oh, oh Ich dachte, die nehmen das jetzt hin Als, okay Wir sind, wir sind gute Gentleman Oh, oh Holy Dieser Laserstrahl Habt ihr den schon mal in dem Spiel gesehen? In diesem Spiel? In einem Spiel Ich kenne keine Spiele mit Laserstrahlen Erst von garm Morgen Er hat keine Spiele gespielt Ja Ist er? Am Ende bei der Animation halt Wenn man diesen Button drückt So, ja, war vorhin auch schon Was? Das sieht auch immer so aus Okay, Fragezeichen Oh Süß Süß Ja Ja Cooles Ending Oh, Civil Warfare Äh, nicht mein Lieblings-Ending Äh Gleich Mitternacht Da war schon wieder ein Nee Ja, viel eingeblendet Was? Was? Das war kein guter Plan So, dann Convict Allies Diesmal, diesmal Hat sich Ellie dran erinnert Hm Ellie weiß Bescheid Hey, hübsch hier Das ist ex zu doubt Henry, remember that orbital station idea we were talking about? We went ahead with that plan We've got all of our assets in there already Once the final preparations are complete We'll be ready to launch into orbit That should keep us far away from any governments trying to bring us down We should be able to Hey, uh, chief Oh Hey, what did I tell you about calling me that? Henry's the chief, remember? Oh, okay, yeah Under attack Oh Oh, ich weiß, wer da im Helikopter ist Ich hätte nie gedacht, dass die Henry Sigmund Collection Wirklich so In cinematischen Super Punch Dass es auch so sehr wirklich um Henry geht Oh, shit Alter Henry's the most badass Videospielcharakter von allen Der Hammer Perry war am coolsten Ja Der war am besten, ja Habt ihr jetzt ne Fallout-Anspielung? Nee Henry Sigmund for Smash, der wär' OP So hohe Prozentzahlen So hohe Prozentzahlen hat man die Ne, vor allem nur als Prozent, hä? Ja Ich hoffe, es war nicht Charles Das war nicht Charles Das war, äh, Charles hätte einen größeren Auftritt Das war Charles Oh, sie haben den Finger extra so gemacht, damit Was, warte, warte, ist das so ein Goodbye-Move? Ja, so ein Ne, du weißt, wenn man so Ja, ich mach das immer Von der Schläfer aus macht Ja, das mach ich oft Oh, nein, hör mir zu mir Das ist ein Johnny-Moe-Shit Die Wolke ist echt sauer Helikopter Ich verstehe schon Die Option Helikopter Ja, so Was ist das? Der freut sich so Wie hat das geklappt? Alles easy Sieht mir aus wie eine Batterie High in the hole Das hat funktioniert Wir sind ein Team Leeroy Jenkins Samen? Wer ist das? Keine Fantasy I guess Oh, shit Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher Da ist wieder der Farber aus meiner Seite Ich glaube, der feuert seinen Laser Doktor of the Garmabus Blark Das hat zu lange gedauert Ja, hat zu lange gedauert, ja Letzte Woche Wir stylen Das Game kriegt auch noch eine Anspiel Charge Henry Ja, ich wusste es Ich liebe euch Ich wusste, dass das kommt Tim's up, let's do this Was ist da hinten eigentlich los? Holy shit Das ist Chrono Trigger übrigens Und mal und du ich Nein, das ist Chrono Trigger Also wirklich eins zu eins Ja, ja, ja So viel schneller als zu Fuß Ach der komische Typ existiert Kein Wunder, dass das von 2020 ist Ich wusste nicht, dass ich drücken muss Dann schreibe auch so echt Ja, du hast einfach wieder auf sich gewartet Oh shit What? Wir brauchen die Rakete noch Übertreiben wir nicht We've got company Gute Idee Bist du fliegen? Ach so, ja Okay, Henry Na, ich fahr so Das mit dem Campingwagen No way Henry Wait, was mit Henry jetzt? Er bleibt zurück Henry Gravity Oh no Nimm erstmal Touch Fuzzy Get dizzy Oh oh Was ist denn das passiert? Es passiert immer Oh, die gehen immer schief Die Räder, oder? Ja Das klingt nicht gut Oh oh Warte mal, das funktioniert Nee Ist das ja nicht schneller fliegen? Was? Nein Das ist der krasseste Rocket Jump, den ich je gesehen hab Und er klappt Nein Ah, das schon wieder But why would I do that? Yeah So sieht's doch aus Das stimmt Geilo Hahaha 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 Das ist ganz so oft beim Wett, wo ich gerade hab, du sagst es wirklich live Aber es ist nur dieses Sound-Effekt Ich denk selber, dass ich's live sage, teilweise Hahaha Hahaha Den hatte ich ready Hahaha Ey, den hatte ich Hany was officially recruited into the Top-Head-Clan And given the rank, right-hand-lady Me and my right-hand-man went on to become top-operators in the clan Performing several... Warum ist das so viel leiser? Das ist immer so leiser Top-Head-King Jetzt ist es ultra laut Yeah, TK Warte mal, es fehlen uns drei Endings noch Hahaha Ah, nee Moment 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 Oh, das ist... Das war Overwatch Moment, Moment Huch Hahaha Endlich eine Zelda-Referenz Stark Stark Hm So, dann Presumed Dead Und dann fehlen uns noch welche mit Charles Ja Charles Schmalz sag ich immer Sagt er wirklich immer? Hm Carol Winter Hahaha Fucking Heizklappen Hahaha Carol Winter Carol Winter Carol Winter I don't even stand a chance against that Full-Time Gaming Hahaha Full-Time Gaming Hahaha They haven't even realized that We know about their secret jungle base They think they can just launch a rocket into orbit And be free to do whatever they want What? I haven't even shown that What are you doing? We need a ship out right now Oh, das ist ein Streamer Das bist du Nein Hahaha Was soll das denn jetzt? Er hat ein bisschen ähnlich ein Bart wie du Ja, und er ist ein Streamer Ne, ne, ne Hahaha Three hours before launch So last Hahaha Okay Hahaha Drei Stunden zu früh Oh, und ich war getroffen Was? Das ist... Was ist das? Ist das the Breath of the Wild Anspielung? Ich glaub schon Ja, muss ich das mal gucken Aber inwiefern? Alright Soll ich? Könnte auch irgendwas in G-Motto so sein Da hat die auch Ja, ja, ja Ich kann ihn kurz anklingeln Ne, muss er nicht Duplicate Orange Oh nein Was? Damit hab ich nicht gerechnet Oh Gott Oh nein Oh nein Ja, es hat ja geklappt Es hat geklappt Ne, hat nicht geklappt Was? Das ist der falsche Henry Das war der Kopf Oh nein 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 AWP is live Hieß er Möchte ich anmerken War das unten im Chat? Nein, oben rechts Pass auf Ich will oben rechts Musste aufpassen Das ist Ricky Ja, das ist Ricky Hexswitch Oh ja Oh ja Der lecker Und gleich bist du einfach drunter Bist du noch die Animation zu dem Britney Spears Song damals? Nein Doch, die kennt ihr Was? Counter-Strike Stickman Animation mit dem Camper und Achso, ich glaube es war Oh Camper, Camper Schau einfach auf Youtube nach dem Walkthrough was wir hier machen müssen Ja Ja mach mal Ich will gar kein Videospiel selbst herausfinden Hey everyone This is part 65 Hey, was sollt Ich glaube du hast einen Titel, Rogi Make sure you watch till the end of the video I'm doing our special giveaway I'm doing our special giveaway Tank I'm running up to like 400,000 failed Tank You get three options You want to pick walkthrough here Uh This is 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 It's very important It helps me out Um This game This game doesn't really follow any logic at all It's kind of annoying Let's do Alright now, so now you're at the tank And if you pick walkthrough You get this Big Dumbo Who's all What's up guys You need to take a walkthrough Walkthrough Remember to pick the bow If you like the video You might be tempted to pick The more logical You might be tempted to pick the more logical You might be tempted to pick the more logical Walkthrough here hopefully Ge…" What's up guys ? Remember to rate the video Like the video And subscribe If you want to see more videos Similar to this one You can't believe there was a reference this Really obscured Now you came up to a Big Tank Holy shit Holy shit Wie lange wird das so weitergehen? Das ist immer noch was Neues. Walkthrough sollte man einklicken. Wenn du dieses Video möchtest, schnapp das Like, schnapp das Subscribe, schnapp das Support-Button. Ich mache diese Skippen. Wait, Jess, das ist wirklich nur. Oder? Huh? Nein, immer noch nicht. Ah, Charles. Oh, was? Das zählt, wie langsam zu blöd, wenn man anfängt, was zu klicken. Oh Mann. Hast du angefangen zu klicken? Ja, ich dachte, ich muss, wenn das kommt, was klicken jetzt. Weil das war ja auch immer noch ... Ja, es war noch was anderes. Ja, super. Ja, ja. Wie es gibt in der Ski von 10 Minuten, die wir geguckt haben. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auch wieder ein Advanced Wars-Panzer, oder? Ja, stimmt. Und du vergesst das Signal. Da ist er wieder. Was? Ja. Oh yeah! Also, und dann willst du Walkthrough. Fix him! Dann kommt das Video von diesem langweiligen Typ. Oh. 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 Hey! Aha! Multiverse im Balance. Multiverse im Balance. Versteh ich nicht. Mach's kaputt. Oh shit! Oh nein! Das ist doch eine Zelda-Referenz. Haben wir es schon gesagt. Ja, endlich mal! Ich dachte, der Mond wäre sauer. Wegen Eggman. Oh! Das sieht so cool aus! Was? Oh Gott! Ja! Sieht wirklich stark aus! Oh man! Geh weg! Warte, das ist Garbage-GG! Oh man! Das ist Garbage-GG! Boom und Spiel crashed! Das ist perfekter Crash gewesen! Das war so ein gutes Timing für den Crash! Ja! Das war wortwörtlich ein Crash! Ja! Einfach nur BOOM! Oh was? Aber erst mal, was ist das? Warum geht das so ab? Krieg der Welt! Junge! Scheiße! Oh! Charles! Scheiß auf die Mission! Was? Mission complete! Was? Mission complete! Mission complete! Manchmal sind die Enden der Mission wirklich antiklimaktisch! Und so aus dem Nichts! Oh okay! Hm! Hm! Naja! Naja! Das war's wert! Machen wir noch die anderen und dann... Ab in die Haie! Das ist doch jetzt ein Breath of the Wild! Yeah! Ja! Ja! Absolut! Ja! Wie gut! Warte mal oben! Er hat extra... Er hat doch extra nachgefüllt! Das ist ein Worms! Ja! 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 Ich dachte es immer! Das ist so schwer! Klassiker! Ihr wollt mir mal erzählen, dass irgendjemand das kann! Pause! Ja! Und dann geht ihr auf Walkthrough! Dann kommt's ein Video von so einem Typen! Moment! Chaos Contained! Na ja, gut! Du musst doch das Ziegel öffnen! Genau! Multiverse! Ich glaube es ist ein bisschen voller! Vielleicht wollen wir da nochmal reinschauen, wenn wir dann... Alles haben? Oh! Oh! Ganz am Ende! Ganz am Ende! Das ist Erde! Ja! Ich habe eine... Oh! Vibrations sind fast komplett... Was ist überhaupt jetzt gerade... Was? Wie hat eins zum anderen geführt? Ich bin so verwirrt! Wie hat dieser Sniper grad dieser Nuke hochgejagt? Das heißt... Uns fehlt jetzt... Was hatten wir mit Charles alles? Wir hatten Convict Allies... Wir hatten Convict Allies... Und wir hatten Presumed Dead, meine ich! Okay! Also wir hatten Ghost Inmate und International Rescue Operator... Glaub ich! Mhm! Charles ist natürlich am wichtigsten! Ja! Charles ist dein Lieblingscharakter, oder? Ja! Ja! Okay! Welches ist dein Lieblingscharakter, Froni? Hm... Ich glaube ich mag den Henchman am liebsten! Der Ogo Bogo Jungle! Ich mag ihn! Ich auch! Der simple Maeve! Ich mag Charles, schau dich, dass er irgendwie freundlich ist! Das ist nicht Charles! Das ist doch nicht Charles! Doch da oben steht From Charles! Der hat uns Spidey gemalt! Hm... Der hat uns Spidey gemalt! Alter Schwertfisch! So ein Smughead! Aber wir sind wieder beim Zug! Alter Schwertfisch! No, no Stowaways here! This is Checkpoint Inspection Team 5! We are all clear! Roger that! We'll be heading out here in just a half second! Okay! Prop... Haha! 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 Da muss noch ein Busch rein! Haha! 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 Das passiert immer bei Prop Hunt! Prop Hunt, ja! Haha! Haha! Da fehlt eine Box noch! Jungs, sie haben was vergessen! Ich spiele jetzt wieder Karten! Oh, er ist unten offen, oder? Jetzt heben sie ihn hoch und, äh... Henry wird... Oder auch nicht! Wir fahren! Haha! Sie lassen sie es einfach liegen! Was? Oh, sie hast sie einfach liegen gelassen! Ja! Äh! 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 Eine Box fällt nicht auf! Haha! Haha! Alright! I'll get the door! Achso! Ich muss den Hase rausziehen, sondern er springt rein, wo der Hase sonst reingeht! Ja, ist ja ein, äh, Portal zu einer anderen Dimension! Ja! So funktioniert das ja schließlich! Hey, you there! Kennst du diesen Short-Film von Pixar, Maeve, mit dem Hasen? Ähm... Kann sein! Den muss ich schon zeigen! Sitzen! Einfach hinsetzen! Hm... Äh... Das ist das Griech! Jaaa! Hallo? Hallo? Hahaha! Hahaha! Ja, no... Dieser Mann hat einfach nur gebrochen! Hahaha! Hahaha! Woah! Check out this crazy coat rack! Ich hab dich hier nun, Tampfer! Hahaha! 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 Ach jetzt kommen sie mit mit F! Hahaha! 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 Hä? Hahaha! Hahaha! Habe ich gegen einen Baum geknallt und dann aufs... Ah ah! Dieses Spiel ist halt so viele Orte! Oh, das war im Trailer auf Steam! Hahaha! 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 Du musst mal ein Schiff gedrückt lassen, um das so zu machen! Das war so ein komisches Gefühl gerade! Genauso... Genauso nutze ich seit Jahren! Du benutzt er! Ähm... Du benutzt nicht den, äh, Shortcut? Ich bin benannt nach Flash! Ja, STRG T und dann, äh... Ja, ja, ja... Ja... Ach so, nein, dieses Transformium braucht man nicht mit dem Flash ist... Infinity 3! Liefmöde! Das geht sowieso! Hahaha! Besteh ich nicht! Ich auch nicht! Das beste Isaac-Item habe ich gehört! Oh! Hahaha! Ach, das ist ja in dem Crossing! Ja! Hä? Ich versteh... Suckpack! Was? Ich wusste es nicht! Manchmal bin ich überrascht! Was? Dass ich nicht direkt das Blatt erkannt habe? Ja! Das war halt irgendein Blatt! Du bist nicht so ein Blatt! Das war's und nein! Das war's?! Nein! Das war's?! Warum?! Das ist 80's Ending! Wann kommt das wieder in Cascada? Ja! Warte, hat Charles überhaupt was gemacht? Nee! Okay, everyone! Today's the day! Hahaha! Ich glaube, dass du bei Charles bist, heißt es auch einfach nur, dass du hauptsächlich mit der Garten verarbeitest! Clean them out! Das ist die Steinmaske im Minecraft-Hood! Die haben wir nackt gemacht! Helix-Fossil! Conquers Bad Birday! Conquers Bad Birday! Die Maske aus JoJo's! Felt ausgeräumt! Ein Fossil aus Animal Crossing! Gold Knochen! Gold Knochen! Super Tofu Boy! Gold Knochen! Ich glaube Gold Knochen gibt's von Luigi's Magic! Goldene Toilette! Goldene Scheiße! Aufmaus Isaac! Habt ihr den Diamanthelm schon gesehen? Bejeweled! Ja! Glaub ich! Gold Stern! Woher kommt die goldene Bratpfanne? Ich hab keine Ahnung! Aus dem goldenen Bratpfannenspiel! Schreibt's in die Kommentare! Goldene Knochen weiß ich auch nicht! Glaub ich! Eins haben wir noch, oder? Luigi's Mansion hat goldene Knochen! Aber ich weiß nicht, ob das das ist! Das... Keine Ahnung! Vielleicht wieder... Nee, das nicht Hattie! Erdenken! Keine Ahnung! Naja! Da unten ist doch Battle Block, oder? Das kann sein! Stark! Ja! Oh! Was? Öh! Ach, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Uns fehlen zwei Endings noch! Ja! Das letzte ist dann das, äh... Multiverse Dingens! Making room! Hm! Weiß ich nicht, was es war! Es war ein Schiff! Dann fehlt uns jetzt noch International Rescue, oder? Ja! Mäh! Diese ganzen Flashbacks! Die sehen wir gerade zum ersten Mal! Was? Crazy! Das ist crazy! Habe ich schon mal gehört, ja! Danke, mach gut! B-g-big-o-o-o-o-o-of-a-ver! K, da hinten pufft! Schnell! Nicht die Potatoes! Potato Potato, Tomato Tomato Oh, das können wir klein getreten Was? War es wert Achso, ja, wir haben einfach so ein bisschen Snack Panel wäre sinnvoll Ja Das ist jetzt aber Mongas Na, vielleicht auch nicht Oh nein, Schatz Ups Sorry Und Mongi war sich so sicher Drawing Ja, willst du was machen? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wow Was soll ich sonst jemand ausprobieren? Wurde ich mit ausprobieren? Please Oh, we really gotta get you in there I should be able to get you in there with this You can shut down the engine And then The rocket won't be able to take off And then They'll all be stuck in here So I'll cause a distraction While you make a run for it to the engine room Got it? Oh Oh yeah, das fühle ich Alright, I'm about to fire a subsonic wave You'll stun everyone that hears it So you might want to cover your ears Hey guys, come check this out Someone's streaming TV out here I don't have sex, Jeremy Seinfeld Was Das kenn ich Ja Ich fand's witzig So lach ich auch immer Was Oh yeah Check me out Okay Was the party Das ist so unauffällig Ich find's cool, dass man all diese Sachen theoretisch hätte als erstes finden können Buddy Der Red Herring Red Herring ist wahrscheinlich richtig Das glaube ich nicht Doch, zu denken, dass er falsch ist, ist ein Red Herring Ja, eben In Cartoons funktioniert das immer Okay Okay, nice This doesn't seem right In welchem Game upgradet man Sachen mit so einem Ranch? Es gibt Es gibt Es gibt Overwatch Es gibt Overwatch Vielleicht Es gab Es gab Es gab noch dieses Spiel mit den fliegenden Schiffen Ich weiß Ganz auf Icarus Da hat man auch Sachen repariert Indem man mit seinem Ich weiß nicht, wie es ganz auf Icarus 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 Oh oh Äh, sollten wir uns helfen mit dem Motorrad? Nein, sie senden uns jemanden aus dem Schiffen Nice Oh, was ist das? Das Motorrad wird dir definitiv ein wenig Zeit verbrauchen Jetzt, hier ist was ich denke Wenn du nach dem Cockpit gehen kannst, kannst du den Rokketen kontrollieren, disable ihn und locken ihn auf den Boden So eine schöne Architektur hier oben Dann kenne ich ihn die Reinforcements Grund Architektur Das ist ein Gebäude Das ist ein ziemlich guter Plan, oder? Nein, den gebe ich dir nicht Bug-Juice Oh, okay Oh, Tratsch und Klatsch Wir werden Fly-Man Oh, das ist so nervig Chef Goldblum? Hm Achso, nervig Das ist eine Stunde in den Sekten hier Frech Oh, Painting Portal Oh, nein Was könnte das denn sein? Yo Ist das das 1.3, die wir so sagen, oder war es auch 2D? Oh, nein Oh, nein Das ist also keine goldene Gun Oh Der Swapper Ahja Wer macht das eigentlich für uns? Achso, Gabe Achso, der heißt so Deswegen sind die Waffen auch Gabes Gabe improved Ja Das Schuss ist schon wieder aufgestanden Gabes Gadgets Das ist ein Riki-Ding wieder Ja Das würde Riki machen Wo war die Melone? Der ist echt immer hier Hier ist dein Job Oh, jetzt ist ein Flanksteak Oh, jetzt ist ein Flanksteak Yeah, it looks pretty bad Ha, ha, ha Ha, ha Schalt, schluss nicht Da ist er doch wieder Da ist er doch Keine Schaltoption The old leaders left details for this plan And I had to dig Ha 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 Okay then, let's Oh 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 nein, großer Sir, hello Please open the locks Let us get to our weapon Jo The Hattie, nein Nein Henry Yeah 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 Yeah, this is, uh This is every last remaining member getting hauled off Fine work indeed, boys You two really do make a fine team I'm promoting you both into special covert ops agents What? The enemy's not even enlisted Well, he is now Unless he doesn't want it You'll be running a lot more missions together with Charlie Yay Special bro Broverd Ops Oh Okay Ich schimp's Ich schimp's doch Oh Schon, ja Oh, 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 oh Ich schimp's Gesicht Ihr habt dich gerettet, Charles Hast du? Okie dokie, send it down at JetPot Oh ja, die unsichtbar JetPot Oh It's your Uber driver here Wart ihr schon mal an Uber driver? Ich vertraue ihm Ihr hättet noch sein müssen, trust me, Bro Da doch nicht One sleepy boy coming right up Sleepy boy Sleepy boy Mountains of paperwork to find it And now, of course Oh nein, sie ist Henry Oh, oh, I'm losing control Oh my god Was ist das I don't好吃 Ach man, ach I almost got control Almost got it Ah, there we go Nope, meow, I'm Shit Charge Ja, das war Bullshit Habt ihr so ein inneres Faultier? Ja. Nennt man auch Schweinehund, glaube ich. Was ist ein Schweinehund? Ein inneres Faultier. Okay, Finale. Das hatten wir nicht. Das sieht doch noch Finale aus. Oh ja, ich glaube, das ist wahr. Wir haben alle unsere Geld in einem Karte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um sich zu schützen. Ich glaube, wir müssen gehen. Oui, woher wir gehen? Moppet. Ui, 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 ui. Der alte Zug wieder. Ne, doch mal ein Zug. Ah, kamen wir noch? Oh, wir haben den Panzer wieder. Johnny, wartet ihr noch auf den GTA-Spruch? Ja, true. Oh ja! Join the caravan. Mhm, hier. Du schaust darauf. Da ist es. Ja, da ist es, direkt. All you had to do was follow the dang train. Klau. Was? Selber reingefahren. Gut. Und er zufällt einfach weiter. Ja. Holy shit. Ich bloß fest. Oh. 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 Eee. Nein. 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 No free rides. No free rides. Yeah. No free rides. Wow. Wow. He got away. We can't follow through the tunnel. Do I have to do everything myself? It should be myself and I. Solo ride until I die. What is this? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, einfach so. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Bruder Song. He's not taking me seriously. Oh shit. Nein. Oh mercy me. Fight. Simon by act. Oh. Was ist der Macbeth? Das war nicht wirklich viel. Warum hast du nicht gedodged? Ja echt. Dodge doch. Also ne Chance hattest du ja. Wollte grad sagen, Determination ist gekommen. Bribe. Mit seinem eigenen Geld. Ja. Cool. Was? Vielleicht muss ich ihn analysieren. Alter. Keine Ehre. Mirror. Spiegel. Spiegel. Oh. Mächtig. Gummimauer. Ops. Ops. We. Can't. Get. In. Das werden. Back. Ah. Das können wir nicht mehr auch mehr. Huch. Das Geräusch. Oh. Oh nice. Das hat funktioniert, oder? Das war stark. Ja. Das hat funktioniert. Ich dachte, das taucht nicht mehr auf. Das ist ziemlich schlecht. Nice. Nice. Das war ne... Das ist reich, Jungs. ne effektive Mission. Ups. Oh oh. Oh oh, wohin? Wait, wieso geht das weg? Freiheit, meine Freunde! Wieso ist das Fluss aufwärts geschwommen? Wieso ist das Fluss aufwärts geschwommen? Anywhere. Hey, forget it, come back. Take off small phone. Hattnen wir nen Motor? Little Nest. Weil der Fluss wird ja dünner. Da, wo wir hin sind. Na, passt schon. Na. Das wird schon stimm. Aber jetzt ist... Wohin? Worms. Oh man. Das fühl ich. Das war so ein bisschen CFC's, wie? So geht's mir auch immer. Was? Na, einfach nur sterben machen. Also... Inside. Hey, das Fenster raus. Okay, is everyone ready? Haben sie dich noch nicht bemerkt, mach weiter. Sie ha... sie haben... Johnny, sie haben's bemerkt. Vielleicht noch nicht. Johnny, sie haben's. Ja, aber er hat noch ne Chance. Zu Wasser und zu Land. So. Ich glaube, wir waren zu schnell. Na, Quatsch. Du bist ein Wrack. Oh! Was? Was? Warum? Au. So, jetzt kriegt's niemand mehr. Zufrieden? Ja. Ja, wir haben alle Fails gemacht. Okay, können wir jetzt das Multiverse-Ding machen? Ja, da will ich auf jeden Fall noch mal schauen. Einmal gucken wir noch. Ja! Was? Kannst du da drunter klicken oder so? Nee. Fehlt noch was? Geilo! Da müsste ein Fix-Button sein. Oh! Jetzt ist er da! Was? Was? Hä? Ich glaube, wir müssen das Spiel neu starten, wir auch immer erst da. Los geht's! Okay, let's go! Geil! Dafür haben wir uns geschunden, Rocky. Dafür sind wir hier. Jetzt wird defragmentiert, meine Freunde. Oh, das wird, glaube ich, die lahmste Scheiße ever, oder? Jetzt wird das Spiel ab. Mit Absicht. Ich meine, wir haben nicht mal wer zusätzlich wirklich was dafür gemacht. Es ist einfach nur... Das Spiel ist einfach nur echt ein bisschen buggy. Boah, jetzt... Jetzt im Buggy. Oh, willkommen zurück! Ah! Einem Jahr ungefähr. Scheiße. Jetzt fern wir raus, wenn wer den Sack zugemacht hat, oder? Ja, genau! Das wollte ich auch gerade sagen. Achso! Wir haben uns selbst das Paket geschickt mit dem Kuchen. Oh. Um rauszukommen. Das war das Ending. Geilo! Ich meine, es war ein nettes Ending dafür. Ja. 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 Absolut. Ich hab irgendwie mehr erwartet. Trotzdem. Ja, ich auch. Der Kuchen ist eine selbstverständliche Prophezeiung. Na ja, gut. Na ja, gut. Sink dir irgendwas aus Paper, Mario, in der Song. Tja, wir haben es durch. Ja, das war Heinrich Strichmann. War es wirklich? Großer Fan. Großer Fan. Ja, es war spaßig. Auch wenn es gegen einen jetzt ein bisschen... Das Ende zu für ein bisschen nervig war. Aber gut, wir sind fertig. Aber es ist spaßig. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schöne Runde. Ciao. 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 Hi. Geilo! Hoi! Shh-hah! Hay, hay... Cова rabee! änn áreasaasiasi.